Krasseste Shield gibt es bei Hardwein. Das kriegst du gar nicht kaputt. Was meinst du? Meinst du, das wird genauso? Glaube ich nicht. Also in der Beta konntest du ja sehr viel überleben locker. Und links. Ja, genau. Komm. Ja, Schalke. Dieser Hawkey, ja, der ist auch ganz übel. Eben als wir noch auf dem Vormarsch waren, hatte Beef 7,5. Jetzt ist er bei 27,10. Das heißt, er hat 20 Kills gemacht und ist fünfmal gestorben. Ja. Ja. Nur weil wir uns hier übelst reinpurgeln lassen. Attacke, du. Die kommen schon von der Seite rein. Das ist so mies, diese Scheiße. Lächerlich. Und die sind am Tickle-Chuttle, die sind ja schon überall, man. Das kannst du doch vergessen, Alter. Wie du da vom Tickle-Chuttle vorkommst und die schon hinterm Tickle-Chuttle sind. Wo ist denn unser Team? Sind alle im Servergab und sterben gerade, alle. Geil. Alter, alles gut. Oh, was in Schuss.